Danke. Bei Tau ist und 40 haben wir es gekriegt. Oh Gott, das ist ein Teil vom Herzen, ne? Ja. So, was hast du? Hast du wenigstens Solarkraft? Natürlich nicht wahrscheinlich, ne? Doch, hat er. Oh, er versteckt eine Fähigkeit im Eintritt. Ja gut, spaß dir dein Pflaster. Natürlich, ein Spezialangriff ist natürlich weg. Egal, da machen wir einfach drauf dann. Das ist ja kein Problem. Oh Gott, das Willen, ich hab's geschafft. Vor dem Turnier. Dann wissen wir also doch, die Titos wurden nicht gehätscht, also geändert da. Funktioniert doch noch alles. So, entwickeln, mein Freund. Erstmal die Attacken machen wir später, alles. Die kannst du dir eh alle im Nachhinein erinnern oder draufziehen, per Zucht, was auch immer. Naja, wahrscheinlich, ich muss ich eh wieder alles machen. Was machst du eh drauf? Du machst Erdbeben wahrscheinlich auch wieder. Also, du spielst dann so ein Team, ne? Mhm. Du machst bestimmt auf jeden Fall Solarstall drauf. Oh Gott. Erdbeben, äh, nicht Erdbeben. Brandzeit gibt's auch nicht mehr, stimmt. Warte mal. Wow, aber bei Clutexu sieht das cool aus. Clutexu find ich cool. Moment, ich mach das mal größer für alle. Oh Gott. So. Bei Clutexu sieht das schon nice aus. Ich glaub, der ist da ein ganz dolles Gold, ne? Mhm. So, dann noch Clurak. Da ist er, der Black Boy. Könntest auch, wenn du lustig bist, ein Bauchtrommel-Clurak spielen. Könntest du auch machen können, ja. Ja, ein physisches Clurak. Bauchtrommel. Da ist er. Oh mein Gott. Hat das lang gedauert. Hat das lang gedauert. GG. High pressure. Hat das lang gedauert. Mit Par commissions. 11. Tja. Hör mit. Böcens. Böcens. Hör mit. Ja. handlehusagger. Böcken. Ich multi those. Cass 아니라 schring sollt Patt Tomas. Böcach. Bis zumСТ jίν. Böcken sich dort.